Musik Musik Also ich studiere Maschinenbau. Ich bin momentan nach der Suche nach einer Masterarbeit und da dachte ich, ich schaue mal hier vorbei. Mich interessiert zum Beispiel Automatisierungstechnik, das ist einer meiner Schwerpunkte, aber auch Datenmanagement und so ein bisschen habe ich es auch in Informatik reingeschnuppert. Insofern finde ich das hier ganz interessant. Also der FZI Studententag wird gefühlt immer wichtiger. Wir machen ihn schon mehrere Jahre, aber auch die Aufmerksamkeit im Haus, finde ich, wird immer mehr. Und ich glaube, es kommt daher, dass wir als FZI insgesamt wachsen und wir immer mehr Mitarbeiter brauchen. Und wir brauchen gute Mitarbeiter. Es gab vorhin noch so einen kleinen Kreis, wo man sich mit Doktoren unterhalten konnte. Also hier gibt es sehr viele, sehr viele Studenten, die sich in der Forschung investieren wollen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dann meine Masterarbeit in Kooperation zwischen dem FZI und meinem jetzigen Arbeitgeber zu schreiben. Musik 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 Musik